So, Kontrollpunkt, äh, da hin, da hin, da hin, wo, okay, das hat gefällt. Und noch Kontrollpunkte. Kontrollpunkte sind super. Ach, herrje. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Herrgott. Was sind denn das für Kletterpassagen? Geh ich jetzt rein? Einmal Hölle und zurück, bitte. Äh. Alter. Alles klar! Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, aber... So geht's auch, ja. Oh Gott. Ich sehe doch unseren Bodybuilder Jim hier. Wenn Sie nicht zu enden wollen, wir lassen. Gehen Sie aus dem Weg. Das Gefühl ist gut was. Es wird noch besser. Man kann es nicht erklären. Die Leute müssen es fühlen. Mädchen, du musst echt verrückt sein. Jetzt bist du nicht mehr so tough, was? Sieg hat mir. Sieg hat mir. Sieg hat mir. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Da kann ich nicht hoch. Hier ist eine Kiste. Okay. Komme ich mit dem Ding hier, mit der Kiste? Komme ich damit da hoch? Hä? Das ist aber, das ist aber schon sehr viel, das ist schon sehr viel Textur, was fehlt. Okay. Ach, da oben brodelt es, alles klar. Medikit, das nehme ich gerne mit. Und jetzt? Und jetzt? Das ist die Frage, was fange ich jetzt damit an? Ich kann doch nochmal auf der anderen Seite hochklettern. Aber hier komme ich nicht weiter. Mehr als Medikit gab es da nicht anscheinend. Gratul. Wer ist denn? Ich gehe nicht weiter. Und jetzt? Ich habe ja nur was leuchten gesehen. Also, wow. Also Munition habe ich dann voll. Alles klar. Alter, bin da Lava-Becken weg. Na, das wird ja jetzt lustig. Oh, jetzt darf ich nochmal da hochklettern, ja? Okay, das ist jetzt die Aufgabe, ja? Diese ganzen Pnöpel da reindrücken? Alles klar. Okay, also alle Pnöpsel, die hier auf so einem... Da ist eins. Also da, das ist so umrandet. Das da, das da und das da. Die sind alle so umrandet. Okay. Okay, es reicht da einfach nur drauf zu hüpfen. Hallo? Warum auch immer. Aber ich muss nochmal neu hochklettern. Warum auch immer, die manchmal über die Dinger drüber backen muss. Und drüber sprudelt. Aber... Ja, ist egal. Da ist ein Hebel. Den muss ich wahrscheinlich dann auch noch drücken. Okay. Okay. Da ich von hier aus nicht weiterkomme. Also ich komme da auch nicht an die Kante dran. Alles klar. Und ich hatte auch nur die eine Chance anscheinend, um an die Kante dran zu kommen. Okay. Ja gut. Also nochmal nach oben. Dann nochmal nach oben. Da, da, da. So. Und am Hebel ziehen. Da, da, da. Cool. So, so. Ja, das war ja großartig. Die große Birchamide. Bitte. Habe ich wieder Munition eingesammelt. Was habe ich denn jetzt hier eingesammelt? Kaliber 50 Munition? Was soll ich sagen? Schroß zeigt er mir immer unten drunter. Also die Waffen, die ich besitze, da zeigt er die Munition unten drunter an. Meine Kaliber 50 habe ich ja noch gar nicht. Die fehlt mir jetzt noch. Die hatte ich ja. Oh, das sieht ja großartig aus. Das sieht aus, als würde das noch richtig Spaß werden. Das kann doch nicht sein, dass ich einfach nur hier durchlaufe. Ich wollte ja sagen, es kann doch nicht sein, dass ich hier einfach nur durchlaufe und hier einfach gar nichts ist. Aber gut. Das kann doch nicht sein, dass ich hier einfach nur durchlaufe und hier einfach nur durchlaufe und hier einfach nur durchlaufe. Das kann doch nicht sein, dass ich hier einfach nur durchlaufe und hier einfach nur durchlaufe und hier einfach nur durchlaufe. Das kann doch nicht sein, dass ich hier einfach nur durchlaufe. Ah!